Hallo ihr Lieben, willkommen bei Maggie's Wild World. Ich bin Maggie und der Finn ist dieses Mal wieder nicht dabei, denn ich hole jemanden neuen ab. Wer das ist, warum der zu uns gefunden hat und wie unsere nächste gemeinsame Zeit miteinander ausschauen wird, das seht ihr in dem Video. Viel Spaß! Okay, jetzt ist es soweit. Ich zeige euch, wer mich jetzt nach Hause begleitet. Das hier ist der Zeno und der ist ein ca. 6-7 Monate alter Golden Retriever. Und er wird unser zweiter Pflegehund sein und wir versuchen ihm jetzt dann zu helfen, dass er ein bisschen aus sich heraus wächst und seine Ängstlichkeit ein bisschen ablegt. Damit es zu keiner Verwirrung kommt, hier noch eine kurze Erklärung. Zeno steht bei ihm im Pass drinnen und das habe ich jetzt auch im Intro gesagt, dass er so heißt. Wir haben ihn aber in der ersten Woche, wie er bei uns war, umbenannt, weil wir gefunden haben, Zeno passt einfach nicht. Also bei uns hat er jetzt immer Benno geheißen und den Namen werde ich jetzt auch weiterverwenden im Video. Als Pflegestelle stehe ich in den ersten Tagen immer vor einem Rätsel. Was stimmt, was mir die vorigen Besitzer, wo der Hund gelebt hat, erzählen? Was stimmt nicht und was ist vielleicht geschuldet an den Umständen, wo der Hund gelebt hat und dass er sich einfach nicht einleben konnte? Deshalb versuche ich am Anfang immer offen an die Sache ranzugehen und zu schauen, was braucht denn der Hund, der jetzt vor mir ist? Wie kann ich ihm helfen und was kann er denn schon? Außerdem möchte ich auch noch schauen, dass der Hund mich am Anfang sehr positiv in Verbindung bringt. Das ist am einfachsten über Leckerlis. Hier bei Benno hatte ich jetzt am Anfang gleich ein Problem und zwar ist er so gestresst von seiner Umgebung, da fahren halt viele Autos, Menschen gehen herum und damit konnte er gar nicht umgehen, dass er zum Beispiel von mir keine Leckerlis angenommen hat. Das habe ich dann ein bisschen gelöst, indem ich die Leckerlis am Boden fallen habe lassen. Das ist oft für die Hunde einfacher, wenn es nicht von der Menschenhand kommt und habe mich da so rangearbeitet. Weil der erste Schockmoment quasi beim Hund ist, dass ich ihn ins Auto bringen muss. Ich muss ihn ja irgendwo zu mir nach Hause bringen. Hier habe ich damit ein bisschen gearbeitet, dass ich den Benno nicht auskommen habe lassen. Das heißt, ich habe die Leine einfach festgehalten. Ich habe ihn nicht daran gezogen, ich habe sie einfach nur gehalten. Und da wollte ich, dass er sich ein bisschen mit dem Auto auseinandersetzt. In der Situation hat er dann zum Beispiel gar keine Leckerlis mehr genommen, aber so ein bisschen meine Berührungen akzeptiert. Ich habe das ein paar Mal gemacht, bin so ein bisschen mit ihm vorbeigegangen an dem Auto und habe dann aber immer geschaut, dass er nicht da weglaufen kann. Ich wollte, dass er sich mit dem Thema Auto auseinandersetzt und sich nicht durch Weglaufen versucht, da dem zu entziehen. Ich habe neutral reagiert und wenn er einen Schritt aufs Auto zugemacht hat, dann ihn gelobt. Stimmlich, mit Leckerlis ist das ja nicht gegangen, weil er sie nicht angenommen hat. Nachdem ich das ein paar Mal gemacht habe, habe ich gesehen, er wird nicht selbstständig ins Auto einsteigen. Habe ihn also neutral genommen und ins Auto reingesetzt und wir sind dann losgefahren. Zu Hause angekommen, haben wir ihm gleich ein Geschirr vom Finn rumgegeben. Das war zu groß, aber in der Situation ein bisschen besser als das Halsband, weil er doch zum Weglaufen geneigt hat und ich da nicht möchte, dass er so oft ins Halsband reinläuft. Mit der etwas längeren Leine hat er sich auch deutlich einfacher getan, die Gegend zu erkunden bei uns da und hat auch sich zum ersten Mal gelöst. Das ist für viele Hunde am Anfang zu viel, wenn da nur die kurze Leine dran ist und mit der langen Leine hat er ein bisschen Abstand zu mir gewinnen können und da sich auch lösen können. Wir haben dann auch den Finn zum ersten Mal dazugeholt. Beim Begegnen draußen an der Leine habe ich nicht mitfilmen können, aber jetzt ist sie im Garten und da haben sie wirklich wild miteinander gespielt. Der Finn war da ein bisschen übermütig sogar und ein bisschen zu viel für den Benno. Interessant im Nachhinein zu betrachten ist, dass das das aktivste Spiel ist, was die zwei miteinander betrieben haben. Später wollte der Finn dann nichts mehr mit ihm zu tun haben. Allein in der kurzen Zeit, wo ich jetzt Benno gekannt habe, habe ich gesehen, dass die Einschätzungen, die die Familie gehabt hat, vollkommen falsch gelegen sind. Sie haben nämlich zum Beispiel gesagt, der Hund geht keinen Zentimeter alleine, den muss man überall hintragen, der hat von allem so viel Schiss. Und ich muss sagen, in den ersten paar Stunden, wie er bei uns war, hat er alleine den Garten erkundet und hat dann auch mit dem Finn gespielt, ist da ein bisschen aus sich herausgekommen. Und auf dem wollte ich ein bisschen aufbauen und mich nicht darauf fokussieren, was die Familie gesagt hat, was er angeblich tut. Denn diesen Hund, den sie mir beschrieben haben, hatte ich nicht vor mir. Weil das bei der Mina ja auch so ein Thema war mit Finn und Mina im gleichen Raum am Anfang, war ich sehr gespannt, wie das mit Benno und Finn funktioniert. Und es hat gut funktioniert, wenn sie sich gegenseitig ignoriert haben, da Finn wollte einfach nichts mit ihm zu tun haben. Was ja auch okay ist, das muss man einfach akzeptieren. Da die Familie mir gesagt hat, er ist sehr abwesend, er will gar nichts mit einem zu tun haben, etc. Wollte ich einfach wissen, macht der Benno einen Schritt auf mich zu? Möchte er Kontakt mit mir haben, wenn ich einfach nur da bin? Ich habe ihn ignoriert, ich habe einfach mit meinem Freund geredet und wollte schauen, ob er etwas mit mir zu tun haben möchte. Oma hat sofort gesehen, er ist interessiert und kommt dann sogar her. Da hat ihm der Finn ein bisschen geholfen und er wollte dann auch gleich Berührungen haben, wollte, dass man ihn lieb hat und sich mit ihm auseinandersetzt. Mein Freund hat sich dann auch zu uns dazu gesetzt und er hat dann wirklich angefangen, auch selbstständig uns zu erkunden, hat so ein bisschen bei unseren Beinen rumgerochen, hat geschaut, wer sind wir, wo bin ich da jetzt? Und man muss bedenken, dass mir die Besitzer gesagt haben, dieser Hund geht keinen Zentimeter alleine. Und dann kommt er zu uns, ist circa 20 Minuten bei uns im Haus und fängt an, alleine die Welt zu erkunden. Ist er total entspannt? Nein, er hat natürlich Stress, ist aufgeregt, kennt sich nicht aus, weiß nicht, wo er ist, aber er versucht es. Und das ist für mich ein super positives Zeichen gewesen. Nach diesen Streichleinheiten habe ich gesehen, dass es für den Benno reicht. Es war für ihn ein langer Tag und er musste mit vielen Neuen zurechtkommen. Deshalb ab in die Box und er sollte jetzt dann Ruhe finden. Die Box sehe ich als positives Hilfsmittel, weil die Hunde so schnell lernen, das ist mein Platz, da stört mich niemand, da kann ich mich zurückziehen und da kann ich mich sicher fühlen. Martha hat auch wirklich gemerkt, dass er innerhalb von ein paar Minuten dann runtergefahren ist und es einfach ihm gereicht hat für den Tag. In den ersten Tagen ist der Benno oft einfach so da gesessen. Er hat einen Platz gehabt, wo er sich wohlgefühlt hat und ist dann nicht weggegangen. Da haben wir versucht, ihn wirklich rauszuholen. Es hat viel geholfen, dass er eigentlich sehr interessiert war, mit dem Mensch Kontakt aufzunehmen und da auch wirklich dann Streichleinheiten sich abzuholen. Und das hat ihm geholfen, immer wieder so ein paar Schritte selbstständig zu gehen. Wenn er ein bisschen unsicher war, hat ihm auch viel geholfen, wenn er da für sich in Bewegung gesetzt hat und für eine Streichleinheit gekommen ist. Da hat er dann gemeint, ach so, okay, das machen wir jetzt. Und dann kommt er auch her und hat wirklich von Anfang an angefangen, auch sich so richtig gegen einen zu lehnen und zu sagen, mach weiter jetzt, ich möchte mit dir Kontakt haben, bitte hab mich lieb. Wir haben ihm auch immer wieder die Möglichkeit gegeben, wegzugehen, weil es ja für viele Hunde schwierig ist, Körperkontakt zu Menschen zu haben. Und die mögen das vielleicht gar nicht, so gestreichelt zu werden. Aber dadurch, dass er sich wirklich so an einen gelehnt hat und da geblieben ist, auch wenn man aufgehört hat zu streicheln, haben wir das interpretiert, als er möchte, dass wir weitermachen. Zwischen diesen ganzen Aufforderungen, dass er sich selbstständig bewegt, war es auch ganz wichtig, ihm zu zeigen, du wirst auch mal in Ruhe gelassen, du kannst auch selbstständig zur Ruhe kommen. Er hat dann auch angefangen, manchmal sich so zu kratzen und sich so am Fuß zu beißen. Das habe ich dann teilweise als Stresssignale interpretiert. Das hat er zum Beispiel in seiner Hundebox nicht gemacht. Aber da wollte ich auch, dass er dann vielleicht ein bisschen da rauskommt und nicht darin verfallt, das dann dauerhaft zu machen. Habe dann auch teilweise aufgefordert, zu mir herzukommen. Und nachdem er dann kurzen Kontakt zu mir hatte, hat das auch meistens aufgehört. Jetzt sehen wir, was ich gemacht habe, wenn er sich wirklich gar nicht bewegt hat. Ich wollte nämlich von Anfang an, dass er weiß, wenn ich ihn anspreche, möchte ich auch wirklich, dass du herkommst, mitkommst, wie auch immer. Deshalb hat er auch die Leine am Anfang drauf, diese Hausleine, damit ich eingreifen kann, ohne am Hund direkt einzuwirken. Also ich muss ihn nicht dafür anfassen, ich muss nicht dafür ganz zu ihm hin, sondern ich habe die Leine, kann die kurz ein bisschen straffen, ihn auffordern und in dem Moment, wo er sich selbstständig bewegt, wird sie wieder nachgelassen. Jeder Pflegehund bekommt von mir eine Grundausstattung. Dazu gehört eine Leine, ein Geschirr und ein Halsband. Das Halsband, was sie mir mitgegeben haben, war, finde ich, ein bisschen zu dünn. Da wollte ich auf alle Fälle eins, was etwas dicker ist und was ihn auch noch länger begleiten kann. Und das hat er sich aber sehr gut anziehen lassen. Gerade mit dieser Leberpastete war er das sehr motiviert. Beim Geschirr war es ein bisschen schwieriger, weil das für ihn natürlich mehr körperliche Einwirkung ist, wenn ich dann mich über ihn drüber beugen muss, etc., um ihm das Geschirr anzuziehen. Deshalb habe ich versucht, das vorher einmal so ein bisschen anzupassen, ein bisschen größer zu machen, dass es ihm hoffentlich passt schon und habe es ihm dann drüber gezogen. Das hat er mit sich machen lassen. Da ist er dann immer so gewesen, dass er sich einfach hinlegt und das so über sich ergehen lässt. Also da ist keine Freude dahinter, aber er lasst es machen. Ich möchte dann natürlich gefühlvoll vorgehen, dass er nicht das Gefühl hat, ich tue ihm weh dabei, etc. Und dass er nicht dann anfängt, sich dagegen zu wehren. Auch das Anpassen hat er mit sich machen lassen. Da habe ich immer wieder dazwischen versucht, ihn zu bestätigen, habe ihm gut zugeredet, etc. Das ist einfach etwas, was er jetzt einmal über sich ergehen lassen muss. Und dann hat es ihm auch gut gepasst. Und wir haben das Geschirr dann verwendet. Und wie man sieht, hängt jetzt diese Hausleine zum Beispiel auch am Geschirr dran. Und nicht mehr an seinem Halsband. Weil die Einwirkung am Hals möchte ich eigentlich nur minimal oder überhaupt nicht machen. Und am Anfang, gerade bei so ängstlicheren Hunden, eher übers Geschirr arbeiten. Da verteilt sich der Druck viel besser. Um auszutesten, wie viel Stress der Benno jetzt in der Situation gehabt hat, habe ich ihm dann ein bisschen von dieser Leberpastete am Boden fallen lassen, dass er sich bewegt, auch ein bisschen das neue Geschirr kennenlernt. Aber da hat man wirklich gesehen, so schlimm war es gar nicht. Und er hat das noch gut annehmen können. Jetzt kommt mein größter Fehler. Und zwar wollte ich zu viel am ersten Tag. Er war nämlich so ein bisschen verfilzt überall. Und dauerhaft dreckig durch seine Fellfarbe, durch seine Helle. Und ich wollte ihn anfangen, ein bisschen zu bürsten. Und da, in der Sekunde, wo die Bürste ein Geräusch gemacht hat, hatte er sofort Angst und wollte weg. Da habe ich dann auch aufgehört und mir wirklich gesagt, okay, das mache ich in den nächsten Tagen, tue ich da ein bisschen mehr Stellenwert drauflegen, dass ich ihn da so langsam ranführe. Aber da wollte ich zu schnell zu viel, auf alle Fälle. Er hat am Anfang auch nicht so gut gegessen. Deshalb sieht man da so ein bisschen, wie er frisst. Sehr langsam, sehr vorsichtig. Eigentlich mit wenig Appetit. Ich habe da auch so ein bisschen Händelfleisch drunter gemixt, dass er vielleicht ein bisschen mehr Lust drauf hat und auch es auch nass gemacht. Hat nicht so ganz funktioniert. Und dann war wieder mal ein bisschen Ruhe angesagt nach diesem ganzen Stress und wieder diesen neuen Erlebnissen, die er da mit uns gemacht hat. Nach der Mittagspause habe ich auch weitergemacht, ihn zu ermutigen, selbst durchs Haus zu laufen. Das habe ich gemacht mit viel verbalem Lob. Und wir sind dann auch mal wieder in den Garten gegangen. Im Garten war er am Anfang immer abgesichert, wie man auch hier an der Leine schön sieht. Da ich mit ihm noch keine Verbindung hatte und er auch eher ein Hund gewesen ist, der im Notfall halt wegläuft und dann auch nicht zurückkommt. Also man kann ihn auch nicht ermutigen, wieder dann herzukommen mit Leckerlis oder Zuspruch oder so. Deshalb wollte ich ihn einfach abgesichert haben, auch wenn unser Garten eingezäunt ist und er da nicht jetzt wirklich weg kann. Aber ich möchte dann auch nicht Ewigkeiten mit einem Hund diskutieren, sondern möchte ihn dann auch einfach mal wieder bei mir haben können. Und dafür ist seine Leine halt super. Weil mir die vorigen Besitzer auch gesagt haben, dass er eigentlich stubenrein ist, wollte ich natürlich wissen, wie tut er sich da bei uns? Macht er bei uns hinein oder ist er wirklich stubenrein? Und da muss ich sagen, hat er von Anfang an wirklich das toll im Garten erledigt. Und sobald der Finnen ein bisschen in Ruhe gelassen hat, hat das auch super funktioniert. Auch da die Treppen hat er nach dem zweiten, dritten Mal super gemeistert. Da haben wir manchmal die Leine gebraucht, dass er wirklich reingeht. Hier sieht man das sehr schön. Da hat er wieder so einen Moment, ich weiß jetzt nicht, was ich tun soll. Die Tür finde ich gruselig, da möchte ich eigentlich nicht hin. Aber du bist da hinten und eigentlich ist im Garten lustiger. Da habe ich nichts anderes gemacht, als die Leine zu halten. Also ich habe ihn nicht gezogen. Ich habe einfach den Druck gehalten. Und sobald er einen Schritt selbstständig gemacht hat, ist die Leine auch sofort wieder locker und er wird von mir verbal gelobt. Nachdem er ja bei uns sehr viel Neues lernen muss und sich da durchkämpfen muss, war mir auch ganz wichtig, dass er über den Tag verteilt, viele, viele Ruhepausen hat, wo er auch, wie man hier schön sieht, seine Erlebnisse und Eindrücke ganz gut verarbeiten kann. Dann war es auch schon Zeit fürs Abendessen und da hat er wieder sein Trockenfutter bekommen, das er schon von der Familie gekannt hat, mit ein bisschen Händelfleisch und ein bisschen eingeweigt im Wasser. Nach seinem Abendessen haben wir für uns dann gekocht und da ist es ihm ein bisschen zu viel geworden. Daphine hat ihn da, glaube ich, auch einmal angegrunzt und er hat den Rückzug angetreten. Von Anfang an war sein Rückzugsort mein Arbeitszimmer, wo auch die Box die ersten Tage drin gestanden ist. Da hat er sich entweder in die Box gelegt oder wie jetzt auf den Teppich und dann haben wir aber auch geschaut, dass selbst wenn ihm das mal kurz zu viel geworden ist, dass wir ihn dann auch wieder ermutigen, zu uns herzukommen und mit ein bisschen verbaler Ermutigung und ein paar Streichleinheiten dann, wenn er bei uns war, hat das auch sehr gut funktioniert. Eine abendliche Pipi-Runde im Garten an der Leine hat natürlich auch nicht fehlen dürfen, bevor wir dann das erste Mal im Schlafzimmer waren. Das erste Mal im Schlafzimmer war wieder gruselig, weil es ist in einen Bereich gegangen, wo er vorher noch nicht war. Da habe ich wieder die ganz normale Technik angewandt, einfach stehen zu bleiben, ihn verbal zu ermutigen, mit mir mitzukommen, wenn er sich bewegt hat, ihn zu loben und sonst den Druck an der Leine zu halten, soweit er das benötigt. Also ich habe ihn auch schauen lassen, ich habe nicht sofort gezogen. Wenn ich aber gesehen habe, er möchte Rückzug antreten, dann habe ich kurz dem Druck standgehalten. Die zweite Nacht bei uns hat er dann auch in der Box verbracht. Das ist ja dann die Box gewesen, die im Schlafzimmer gestanden ist. Ein paar Worte möchte ich noch zur Hundebox sagen. Für mich hat die einfach mehrere Vorteile. Erstens, ich weiß nicht, wie der Hund ist, ob der in der Nacht durchschläft oder die ganze Wohnung zerfetzt, weil ihm langweilig ist oder er vielleicht gefrustet ist. Ich weiß auch in den ersten Tagen nicht, ob neue Pflegehunde stubenrein sind. Das kann ich natürlich am ersten Tag schon ein bisschen abschätzen, aber gewiss kann ich da nicht sein, weil es kann auch genauso gut sein, dass wenn ich den Hund nicht beobachte, er sich in irgendein dunkles Räumchen verzieht und dort ein Lackerl macht. Das möchte ich ausschließen. Deshalb verwende ich eine Hundebox. Hunde neigen generell dazu, in ihr eigenes Bettchen nicht machen zu wollen. Und da hilft einem natürlich eine Hundebox, weil der Hund sich dann eher meldet, wenn er nämlich in der Nacht aufs Klo muss. Außerdem ist der Hund räumlich begrenzt und ich weiß auch in der Nacht immer, wo er ist. Damit der Hund die Hundebox von Anfang an positiv verbindet, kriegt er zum Beispiel Futter da drinnen. Ich mache immer wieder Übungen mit Leckerlis, dass der Hund da freiwillig rein und raus geht. Und ich zeige dem Hund auch von Anfang an, dass wenn er sich in der Box zurückzieht, absolute Ruhe hat. Das heißt, da kommt dann kein anderer Hund hin und nervt ihn. Da darf auch kein anderer Hund in die Nähe kommen, um ihn zu nerven oder abzulenken. In der Box ist absolute Ruhe angesagt. Und das nehmen die meisten Hunde sehr positiv wahr. Das waren also die ersten 24 Stunden, die Benno mit uns verbracht hat. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen etwas mitnehmen und habt gesehen, wie er sich auch unterschiedlich vielleicht verhalten hat zur Mina, unserem ersten Pflegehund. Bald kommt auch das zweite Video zu Benno. Das wird aber auch gleichzeitig das letzte sein, denn er war nur ganz kurz bei uns, nur fast drei Wochen und hat sofort seine schöne neue Familie gefunden, wo er jetzt schon lebt. Wenn ihr sehen wollt, wie es mit Benno weitergeht und wie er ein bisschen aus sich herauskommt, dann abonniert doch meinen Kanal, um das Video nicht zu verpassen. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr ein bisschen etwas mitnehmen konntet, dann hinterlasst mir doch einen Daumen nach oben. Das zeigt mir, dass ich weitermachen soll mit meinen Videos. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.